Hallo, auf Wunsch eines jüngeren Zuschauers heute zum Abschluss unserer SCAT-Serie. Zum Wochenende was zum Spielen, Basteln und notfalls auch zum Ausdrucken. Es gibt hier nämlich ein Brick Builder Modul für Open SCAT. Wir hatten ein 3D Programm, mit dem man dreidimensionale Objekte erstellen kann und gegebenenfalls ausdrucken kann. Und wer keinen 3D Drucker hat, der braucht das ja nicht ausdrucken. Dann kann man hier das Skript runterladen. Habt ihr das Skript runtergeladen, dann habt ihr das in eurem Download Ordner entpackt. Dann habt ihr unter anderem Lego Brick Builder SCAT. Dafür benötigt ihr natürlich das Programm S Open SCAT. Und startet dieses. Dann könnt ihr das direkt benutzen. Und dann könnt ihr einen Baustein generieren. So. Der nette Jörg Jansen hat das gemacht. Creative Commons by. Ja, by. Hiermit genannt. Vielen Dank. Hiermit kann man dann dreidimensionale Bausteinchen eines bekannten Herstellers mal sich generieren lassen. 3D sich anschauen und gegebenenfalls ausdrucken. Man hat hier ein Modul, das man dann aber auch in anderen Skripten wiederverwenden kann, um zum Beispiel aus vielen solchen Bausteinen etwas zu bauen. Hinweise hierzu. Erstmal findet ihr hier Brick. Brick ist quasi Baustein. Und der ist hier 5 Noppen mal 3 Noppen und 3 hoch. 8 mal 8 ist so ein Bausteinchen und das Maß ist hier immer 3,2 mal 3. Also hier ist es 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 und die Höhe ist 3,2, 3,2, 3,2 zum Beispiel. Okay, also 5 mal Noppen, jetzt machen wir 4 Noppen, mal wieder generieren. Dann nur noch 4 Noppen mal 3 Noppen, 4 Noppen mal 2 Noppen, Play. So, kommen wir uns bekannter vor. So, jetzt wollen wir ein flaches Ding, das nur ganz flach ist. Sehr schön, kennen wir. Hinweis, ja natürlich kann man das auch sich von unten angucken. Ist also vollständig das Ding. Hier oben steht SCAT drauf. Und das dauert dann beim Generieren länger. Eigentlich steht da TECH drauf. Aber Gott, erstmal zur Feinheit hatten wir schon mal. Wenn ihr das nicht ganz so fein wollt, dass das Generieren vielleicht ein bisschen schneller geht, dann kann man das auch eckig machen. Also das dreht sich dann schon schneller, für die Leute, die dann lieber sowas hätten. Man könnte auch notfalls FN geht bis runter auf 3. Dann wäre es ein Dreieck. Ob das noch zusammenpasst, ist die andere Frage. Aber ihr wisst, was ich meine. So, machen wir mal 100. Das dürfte erstmal langen. Gut, so kann man sich das generieren. Die Farben kann man, wie in den anderen Videos beschrieben, ändern. Dann gefiel mir nicht, dass da oben drauf TECH stand. Dann habe ich hier im Skript geguckt. Wo ist das dann? Der importiert nämlich eine STL-Datei. Da hat es den Text TECH gehabt. Habe ich ersetzt durch den Text SCAT. Ihr könnt ja auch was anderes draufschreiben. Was vier Buchstaben hat. Zum Beispiel Logo oder so. Oder so ähnlich. Kommt im Übrigen zweimal hier drin vor. Logo. Und dann der Play. Und dann steht da Logo drauf. Also mit der Funktion Text könnt ihr den Text da oben drauf ändern. So, wie ist das jetzt? Jetzt wollen wir, die, die drucken wollen, drucken wir jetzt. Jedenfalls mit dem Befehl SCALE ein bisschen kleiner machen. Weil die Bausteine eigentlich ein bisschen Toleranz zwischen den Bausteinen brauchen. Damit die auch schön zusammenpassen. Und das Plastik ist so ein bisschen verwunden und wie auch immer. Damit die Bausteine auch über die Zeit immer schön zusammenpassen. Also diejenigen, die aber keinen Bock drauf haben, die könnten mit mir zusammen sowas hier bauen. Gut. Wir lernen heute folgendes. Man kann, ich habe ja in meinem Verzeichnis mir ein zweites Skript gemacht. Im selben Verzeichnis. Und ich verweise von diesem Skript, das ich hier jetzt habe, auf das Vorhandene, was wir gerade gesehen haben. Das Vorhandene muss man natürlich, wenn man das jetzt so haben will, dann auch speichern, dass es auch so bleibt. Ebenfalls vorher eine Sicherheitskopie machen. Gut. Und also, mein anderes Skriptchen verweist auf dieses Skriptchen. Und wie man das macht, sieht man hier. Mit dem Befehl USER. Dann in Spitzenklammern. Und wenn das im selben Verzeichnis ist, braucht man nicht den Pfad angeben zu dem Brick Builder. Gut. Dann habe ich hier ein Skript geschrieben. Ich wollte ein paar Bausteine mehr. Ihr seht, hier habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier fünf Ebenen gemacht. Die grüne Ebenen, so eine Grundplatte wollte ich erstmal. Die hat eine Länge von 20 Noppen mal 10 Noppen und ist 0,5 hoch, damit die schön flach ist. Ja. Gut. Kann man auch nachziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn mal 20 mal 0,5. Gut. Dann habe ich noch andere Bausteine. Vier mal zwei. Vier mal zwei. Und H gleich drei ist so die Standardgröße. Dann habe ich zwei mal zwei auch Standardgröße. Das sind die hier. Zwei mal zwei auch die Standardgröße. Dann habe ich ein Sechs mal Einser. Sechs mal Einser ist der Weiße da. Und einen, der ist zwei mal vier und hat die Höhe eins. Das ist der da. Und das Ganze habe ich dann dreidimensional generieren lassen. Ich habe also fünf Ebenen. Erstmal die Basisebenen. Die sollte grün sein. Kein Semikolon ist klar. Damit sich das auf diesen Befehl auswirkt. Durch das Importieren des Moduls habe ich jetzt zusätzlich den Befehl Brick bekommen. Der aus diesem Modul importiert wird. Brick macht einen Baustein. So und ich habe mir das jetzt hier ein, zwei, drei, vier, fünf. Für jede Ebene habe ich mir das so ein bisschen auseinandergerückt. Damit ihr das besser erkennt. Hier die einfachste Ebene. Das Ding ist grün. Hat eine Länge, eine Weite, eine Höhe und ist smooth. Aber jetzt den Schmus. Was für einen Schmus erzählst du? Der Smooth ist, wenn man zuerst designt, kann man Smooth auf True setzen. Und dann hat der keine Noppen, das Ding. Manche Mädchen mögen kann. Und dann schwenkt das auch so ein bisschen schneller. Das ist smooth. Das ist so ein bisschen mit ohne Noppen halt. Da kann man auch ein bisschen in der Designphase schneller mal gucken, was da so los ist. Kann sich das dann etwas schneller schwenken. Gut, also der unterste, die unterste Ebene ist im Moment noppellos. Deshalb habe ich das hier so geschrieben. Länge 20, Weite 10 und 0,5 tief. Man sieht es hier sogar noch so ein bisschen durchschimmern, was ich dann so alles gemacht habe. Gut, dann habe ich, ich habe dann die nächste Ebene. Die musste ich ja höher setzen als die Grundebene. Und die Grundebene hat eine Höhe von 0,5. Ja. Translate ist der Befehl. Wir können mal kurz Smooth wieder auf False setzen. False. Play. Translate ist der Befehl zum Verschieben. Gut. Jetzt wollte ich aber nicht nur einen Baustein und nicht nur einen Baustein deshalb verschieben, sondern ich wollte eine ganze Gruppe von Bausteinen generieren. Das habe ich hier mit der Vorschleife gemacht. Und diese ganze Gruppe von Bausteinen, das sind die 4x2er dicken Klötzken da. Also die ganze Gruppe, 4x2, sollte dann natürlich auf meiner Grundplatte lauern. Deshalb habe ich also eine Vorschleife gemacht, habe die Bausteine generiert und dann zum Schluss oben drüber. Deshalb kommt das zuerst. Translate ist also verschoben um die Höhe der Grundplatte h0. Gut. Und dann habe ich mir noch das so hingeschrieben, dass ich hier immer mit Delta x und Delta y arbeite. Gut. Jetzt hat so ein Noppen 8x8 Millimeter, sage ich jetzt mal. Und damit ich dann immer schön zählen konnte. Die nächste Ebene sollte zwei Noppen in x-Richtung und ein Noppen in y-Richtung weiter sein. Da konnte ich dann mit Translate mich immer auf das Delta beziehen. Also die Differenz. Da konnte ich leichter das sehen. Also zwei Noppen in x-Richtung, ein Noppen in y-Richtung und die Höhe höher als die Grundplatte h0. Und schon hatte ich quasi meinen ganzen Bausteinblock angehoben. Man kann sich gleich eine ganze Gruppe von Bausteinen generieren lassen, indem man eine Vorschleife macht. Und ich wollte nicht nur in einer Reihe, sondern gleich in eine ganze Fläche voller Bausteine. Das habe ich in x- und y-Richtung immer von 1 bis 4 gezählt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Von den 4 mal 2ern. Die Farbe habe ich mit Ranz gemacht. Damit die Bausteine eine zufällige Farbe bekommen. Das waren so viele, da wollte ich die nicht einzeln einfärben. Ist auch klar. Mit Ranz bekommt man so eine Art Konstruktion. Die sieht so aus. Die sieht so ähnlich aus. Die hat auch so eckige Klammern. Da drin stehen dann drei Werte. Die gehen von 0 bis 1, weil man für die RGB-Farben, also die Grundfarben, drei Werte braucht. Drei Werte braucht man. Und die gehen von 0 bis 1. Die dürfen nicht größer sein als 1, sondern die müssen größer sein als 0 oder maximal 0. 0 wäre schwarz zum Beispiel. Also hatte ich schon mal die Farben mit Ranz. Zufällig generiert ranzige Farben quasi. So, ihr seht, ich habe hier den Baustein einfach mal hingemalt. Einen. Mit der Länge 4 mal 2 und die Höhe 3. Das ist einer von denen, die direkt auf der grünen Grundebene hocken. 4 mal 2 Höhe 3. Das ist einer. Und den habe ich dann X und Y verschoben. Ja, weil nachdem ich einen fertig hatte, wollte ich ja in X-Richtung den nächsten haben. Und gegebenenfalls in Y-Richtung, wenn die eine Reihe fertig ist. Deshalb gibt es da zwei Vorschleifen. Habe ich mir so eine kleine Formel gemacht. Die Länge 4 mal X-1. Warum minus 1? Ja gut, normalerweise geht die Zählerei bei diesen Vorschleifen von 0 bis 3. Aber ich habe es gleich so hingeschrieben, dass ich immer weiß, das sind 4 mal 4 Bausteine. Da habe ich es lieber in der Formel nochmal eins abgezogen. So, ich habe also diesen Baustein hinmalen lassen. So einen Baustein. Hier zum Beispiel diesen hellen da. Und habe den verschoben dahin, wo er hingehört. Der hat ja eine... Ja, das muss ja jetzt nicht der sein. Das ist ja eine Vorschleife. Das könnte ja jetzt auch der hellblaue sein. Der hat eine X-Richtung, Y-Richtung. Sagen wir mal 4 und 2 oder 1. Gut, das habe ich also erstmal den Bausteinen verschoben. Und hinterher, nachdem die Vorschleife alle Bausteine generiert hat, den ganzen Block der Bausteine von dieser Ebene, wo die 4 mal 2 ja drauf sind, mit Translate, um zwei Noppen in X und ein Noppen in Y und um die Höhe von der Grundplatte. So, gleiches Spiel in grün habe ich dann mit denen da drüber gemacht. Ja. Die komplette Gruppe der 2 mal 2er Bausteine habe ich 5 in X und 2 in Y verschoben, damit das nicht alles in einer Ecke anfängt bei 0,0. Ich fand das schöner, wenn das ein bisschen gestapelt aussieht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 5 in X und 2 in Y. Konnte auch immer darauf anfangen, wo man guckt. So, und von der Höhe her ist, ja, wo liegt denn diese Ebene da? Die Ebene mit den 2 mal 2 Bausteinen, hier zum Beispiel dieser hellblaue, wo liegt denn der von der Höhe her? Ich habe die Höhe von der grünen Grundplatte plus die Höhe von denen, die schon da drunter sind. Also muss ich das zusammen addieren. Ich habe also gesagt, die Höhe von meiner Ebene 0, das ist die grüne Grundplatte, plus die Höhe von denen Bausteinen mal Delta Z und Z ist dann 3,2. Und damit ich nicht immer das immer nachdenken muss, habe ich mir so eine kleine Formel gemacht. Und dann habe ich gesagt, in X Richtung 5 Stück und in Y Richtung 3 Stücke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ja, hier kann man aber so ein bisschen mal drunter gucken, ich finde das ganz witzig. So, und dann habe ich gesagt, ich will noch einen weißen Stein oben haben. Den muss ich natürlich erstmal generieren. Der hat auch eine Länge 6 mal 1 und die Standardhöhe 3. Und das Ding wird weiß und wird verschoben. 6 Noppen in X, 5 Noppen in Y. Und wie hoch liegt es denn? Ja, die Höhe der Grundplatte plus der beiden Ebenen, die schon drunter sind. Und das mal Delta Z, das ist immer 3,2. Das ist quasi der Vorschub nach oben von der Grunddicke. Okay, ganz oben drauf liegt dann das rote Ding. Da habe ich gesagt, da mache ich jetzt noch ein flaches oben drauf. Den musste ich auch erstmal generieren. In Rot der Länge 2 mal 4 und ist 1 hoch. Und das Ding habe ich verschoben. 8 Noppen in X, 4 Noppen in Y. Und die Höhe ist jetzt die Summe aller drunterliegenden Ebenen. 1, 2, 3, 4 Ebenen drunter. Grüne Grundplatte, die 4 mal 2er, die 2 mal 2er. Und natürlich auch noch der weiße Stein, der hat auch noch eine Höhe. Mal Delta Z, also die Differenz in Z-Richtung. Und wenn man das alles gemacht hat, dann bekommt man so ein Ergebnis. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und Tschüss.